Ey, geht noch weiter, du machst das 6x4x1, ok? Das ist nicht jetzt in Alter sein, ah? Was hast du dir da denn ausgedacht? Ja, ey, jetzt werden die Sau hier im Drass beenden. Ja, ah, 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 ah! Ja, die Kids schauen, du, sie feiern dich hart, denn du hast den beschissenen Park. Ja, und nicht streuen, mit dem Klapp zum Brennen, nicht alle Mordervor, da bin ich da mit Blüchen weg! Ah, ey, ich spreche dich jetzt hart, schlag dich, das war dich nett, aber dafür will du da sein! Hey, hey, hey! Vorbei, Vorbei, macht euch Herren für das Battle! Die beiden jetzt alle dafür Verantwortung, dich werden die nächste Runde kommen, also macht richtig Lernen Wenn ihr meint, Finestik war besser, dann einmal Lärm für Finestik. Dann einmal mal Fenrir war besser, dann einmal Lärm für Fenrir. Danke Leute. Eine Runde weiter, Fenrir trotzdem Lärm für Finestik. Okay, als nächstes einmal Freezy und Felix. Ja, es ist kein Problem. Mann, es ist kein Problem. Ja, es ist kein Zersto herab. Nicht steigen Zeit. Was ist denn? Ja, wir haben da. Fenrir, ich bin Felix, Mann, ich klatsche. Ja. Ja, ey, sein Part, der war übermiest Ich brem hier alleine gleich, weil du von der Bühne fliegst Ah, ja, und ich werf mich darunter Und danach bist du sicherlich sehr nicht mehr munter Okay, aber du sind mit mir stein und frei Ich schreibe die Arsch, dann sind wein, du bist nicht selber klar Wenn du sie hier frei waren, wenn ich was du bist, mein Hund und lang Ich schreibe die Arsch, dann sind wein, du bist nicht selber klar Ich schreibe die Arsch, dann sind wein, du bist nicht selber klar Ich schreibe die Hood, weil du schreist Ah, ah, ja, Side Story, dein Inhalt Hey, ich bin Heim, ich bin Heim, du bist einfach nie Dasirland rein, ich bin Hellgear Ich bin Heim, ich bin Kaiser Faith Der Alk, ich bin색, du bist einfach nie Wenn du ein Fahrgust Deladue Jesus Christoph zeig'": Ja, ey, du bist hier echt mies schwack Wenn du ein G bist, ist es ne T-Shock. Denn ich guck auf dich ja dann, ey yo, check den dummen Spaß. Und check aus, wie viele leiden sich hier noch ab. Ey! Ja, ey yo, ich bin hier, das heute Thema. Neun bis zehn, ey, das ist zwar so mein Beuteschema, aber nur wenn's ums Aussehen geht, ich lass dich scheiße aussehen, ey, ey, ja, schnell. Okay, vorbei, Lärp für das Pärde! Ich hab ne Vermutung, aber wir machen trotzdem eine Abstimmung. Wenn ihr meint, Felix soll besser, dann macht einmal Lärp für Felix! Wenn ihr meint, Freezy soll eine Runde weiter, Lärp für Felix! Aber trotzdem, er war sehr stark, oder? Deswegen einmal Lärp für Felix! Oh! Nur ganz kurz, weil ich es gerade sehe, dass sehr viele von euch filmen. Wenn ihr Storys macht, dann könnt ihr sehr gerne Future of Bandrap verlinken. Wir werden alles reposten. Wir freuen uns über Material von diesem schönen Festival heute. Und kommen auch direkt zum dritten Viertelfinal-Bälle. Da hätten wir einmal Sato und Speck-Teterino! Wuuu! Sato, du fängst an! Sato fängt an! Sato, du fängst an! Hey! dass er nicht perfekt nicht richtig sehen kann Die Wettbewerbskunde voll nur da her Aber wie bist du, ey, 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 so mit Rucker Ich bin nicht so ein Digger, Alter, sonst ist ziemlich teuer Du bist so hässlich wie diese Blockhäuser Es, verdammt, es, was für ein Konter Ja, ich hab' du besagt Okay, ich bin hässlich wie ein Blockhäuser Oder ein Blockhäuser, aber mit deinem Kopfhäuser Der ist auch ziemlich hässlich zu spaßen Hinterlieber die Gebäude, das sind Hochhäuser, ja? Ich bin so fett, ich geh ja fast aufs Rücken Ich bin so fair, ich bettel heut mit meinem Rücken Ey, ich weiß, das war vielleicht ein bisschen fies Doch dass er steht, Digger, das find ich auch negativ Ey, du bettest nicht mit deinem Rücken, denn alle Ich weiß, das ist ohne Fett, ich bin niemals verblühten Ich bin hier drin, blüht in die Spaß Und trotzdem, ich bin hier nicht und übelgelebt Bleib ruhig jetzt kleiner, mein Rücken sind die Burger King Mitarbeiter Ey, Digger, ich werde dich verhauen, hat dein Besitzer die Kleidung Hey, Burger King, aber jemand mit Burger King Ich bin so scharf, ich rappe so stark wie eine Schini-Schotte Du bist nur hier wegen der Behindertenquote Ey, was willst du denn? Guck dich in Grazie Du bist nur hier, weil hier gibt es Demokratie Machen wir letzte für das Battle Sehr hart, sehr hart, aber alles im Rahmen It's just a battle, Freunde Wenn ihr meint, der MC, der angefangen hat, soll eine Runde weiter Dann einmal letzte für Sotto So, wenn ihr meint, der MC, der nachgelegt hat, soll eine Runde weiter Let's respect it to me Okay, eine Runde weiter, Speck to Termino Trotzdem, kriegst du den letzten End für Sotto Okay Dankeschön, Dankeschön Macht Bälle für euch selber Letzte Runde, einmal Respo, einmal Dascher Was glaubt, Töring? Also letzte Viertelfinalrunde, ne? Das ist das, das Hey, 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 hey Ich komm hier wieder mit ner Fetten und ner kleinen Dascher-Bumpel So alt, du könntest ja genackter sein Hey, 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 hey Ich mach dich keinen Bauch, ich schieße dich auf den Mond, liebe Geise. Ach ja, ja, so muss ich das sein, wenn du grüßt, ich bin schier, ich hab dich allein. Ich hab dich auf diese perfekten Tod, wer ist in der Mond, so wie das an der Mond, ey. Ey, ist mein Allerspreis, und wir sollten das gut zerlegt. Ja, weil ich dich jetzt einfach so box, wie ich dir nach dem Wetter eine Blutbox. Und dann habe ich eine Banane und es übel nicht sehr gestartige Schade. Ey, du kannst doch nicht echt, dass ich das nicht schon tappen, dass du Butterbrot, ey, noch mal lieber Pommes. Ich mach beides aus dem Mond, ich kann zerquetzen, und du weißt, wie du kannst mich nicht mehr zerquetzen. Ja, du denkst, du sagst doch, alles tut mir eigentlich nicht, dass du nicht mehr kochen kannst. Ach ja, ja, vielleicht willst du das lernen, ein bisschen übeln, dann kann das noch was werden. Was du dann gemeinst, du hast Fragen, ich kann's gar nicht kochen, aber dafür kann ich besser hören. Was denkst du, 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 was denkst du. Ey, ihr Digga, du kannst es nicht mehr checken, du kannst weder kochen, noch kannst du rappen. Aha, ja, das musst du lernen, ein bisschen übeln, Digga, kann ja anders werden. Macht vorbei, macht Läpfel das Battle. Sehr stark, sehr stark. Beide krass, ich bin gespannt, für wen ihr euch entscheidet, wenn ihr meint, der MC, der vorgelegt hat, soll eine Runde weiter Läpfel in Deutschland. Aber meint, die gute Dorscher, die nachgelegt hat, soll eine Runde weiter Läpfel in Deutschland. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Also Leute, ich mache schon eine Runde weiter, aber trotzdem, Läpfel, richtig krass, macht nochmal Läpfel, Läpfel. Dankeschön. Wuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. So. Wir haben eine ganz kurze Durchsage, einmal kurz aufmerksam. Leute, ich fang jetzt auch an zu neifassen. Ähm, wir haben ein Kind, der sucht seine Mama. Und zwar heißt der Junge Matteo und die Mutter heißt Alicia. Wo ist Matteo? Matteo ist vorne an der Bühne. Matteo ist hier vorne, wo ist Matteo? Matteo? Ja, Matteo. Matteo ist da. Matteo ist da. Matteo ist da. Matteo ist da. Okay, alles klar. Ist alles klar? Matteo ist da. Matteo ist da. Alles gut, danke. Matteo ist da. 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 Okay, so muss das sein, Leute. Auf der Bühne wird sich auf die Fresse gegeben, aber am Ende gibt es immer ein Happy End. So, wir sind im Halbfinale. Das bedeutet, wir erhöhen auf 8x4 Bars, damit ihr noch mehr Punchlines um die Ohren geschmettert bekommt. Und im ersten Eilfinale, ich hoffe, ihr begrüßt ihr mit einem gebührenden Lärm. Einmal Fenrir, einmal Freezy! Es ist der Freezy und ich bin gerade Schnazler. Hier steht Noyan, im Gegensatz ein Hammer zu deinem Vater. Was ist denn los? Kommt in ein Hell und ich schlage mich tot! Scheiße! Vielleicht gehe ich denn so easy. Ja, hier ist Fenrir, auch in jedem Heu steckt ein verdammtes Tier. Ey, check, check, check. Ah, ah, ist kein Problem. Guck mal, wie ich gerade auf die Lady schieß. Ich rasset, ich bin Breakdance und mache jetzt ein Baby-Food. Was ist denn los? Hab's drauf gemacht. Du kannst dich nicht bewegen, weil Fett ist jetzt da. Ah, ja, ich bin da noch. Ja, halt mal, komm das mal. Es ist kein Problem. Ich hab dich in deinem Traum geknallt. Das war nach seiner Geburt. Hingefallen, aber nicht aufgefallen. Litt durch. Wird vorbei, weil du einfach hässlich und ne Bitch bist. Ja, küsse, du hast du, kätselig und laut. Ja, man, da war da auch gern. Tastet, au. Ja, kippe, gab vor Rücken. Sonst verlesse ich heute Nacht. Dein verdammtes Glück! Ja, ist kein Problem. Ich krieg dir ein bisschen Unterricht. Du sagst Motherfucker, Motherfucker, weil ich deine Macht aufzähl. Ja, ich schau mal, 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 du hast ne Weise. Ja, ich habe auch eine Weise. Deshalb bin ich ja auch ganz schön leise. Ja, koppel lieber besser auf. Jetzt lass ich diese Gämonen. Ja, du bist leise. Ist kein Problem. Du musst dran weinen. Ja, du bist leise, wie die Klau bei deinen Pfeilen. Ja, du bist leise wie die Klau bei deinen Pfeilen. Ah, du bist leise wie die Klau bei deinen Pfeilen. Ja, du bist leise wie die Klau bei deinen Pfeilen. Ja, du bist leise gegen Koli, ja. Ich werde dich stärker fürs Abzugraben. Ja, ja, ist kein Problem. Pfeilen, die kommen richtig schnell. Woher ist die Uhr? Habst du die von Rutsch bestellt? Ja, das ist auch so. Schmerz im Biss und du trimmst heut mein Pfeilen. Ja, das ist Fusi, Leute. Ja, das sind Fusi, Leute. Ja, es ist die Vorarbeit am Start. Ich sag mal, der Fusi, ich bin heftig schick. Leute, mach mal Lern, wenn ihr jetzt denkt, dass ich gerade besser bin. Schau mal, ich kacke dir auf die Hände. Ja, ich kacke mal, Papa. Komm mal her. Ja, das ist kein Problem. Mann, ich bin sofort geiler. Leute, was geht ab? Macht Lern für euch selber und für Chorweiler. Ja, das war so coole mit dem Musik Chorweiler. Okay. Ihr habt einen Fan, Liebling. Wir stimmen trotzdem einmal ab, wenn ihr mal ein Fusi so eine Runde weiter. Lern für Fusi. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Auf der Bühne geben sich Mühe. Ja, die strengen sich an, die machen ihre Sache gut. Deswegen, wenn ihr was feiert, dann jubelt ihr. Aber wir buhen nicht. Ja, wir machen keinen Daumen runter, sondern da machen wir einfach gar nichts. Okay? Aber wenn wir die gut finden, dann jubeln wir. Aber es wird nichts gebuht auf der Bühne. Und deswegen, einmal Lern für Fenrir. Alles klar. Geiles Battle von beiden, Fenrir. Stark, dass du dabei warst. Aber im Finale ist Freezy. Keiner, 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 Jungen. Es war nicht vorbei, Leute. So viele Kinder sollen mich da begrüßen. So, Jungs, Mädels, wir beruhigen uns. Wir gehen jetzt alle wieder zurück auf die Plätze. Freezy schreibt gleich noch Autogramme. Ja, für 5 Euro macht er auch ein Foto mit euch. So. Wir haben noch ein zweites Halbfinale. Und deswegen, einmal auf die Bühne, bitte. Und ihr macht Lern für beide. Das war ein Speck, mit dem Mino. Yeah. Wow. Woh! Okay. Was geht? Okay. Ihr könnt alle wieder machen. Ja. Tja. Seht ihr da? Ja. Ja. Ey! Okay. Gut. Wir haben... Machen die Fotos an. Hä? Foto? Ja. Foto? Ey, ey! Tan! Ah, 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 ah! Machen! Ich sag du bist Jesus Christoph! Ey, ich hab Winsucker! Ich hab keine! Ich hab keine! Okay, ich hab nichts! Ey! 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 Ja, so! Ich weiß, dass du uns gern lasst, aber du hast einfach keine Ärzte verdient. Ich will mich zum Ende des Tages der FNC. Du bist so ein MC, ich verbinde mit dem Hass. Du bist mit der Mutter reden, weil du echt... Gott, was willst du denn hier? Wenn du verrückt geschlafen würdest, würde ich abgehen und ein Bier. Das war nicht im Takt. Digga, das hast du mit den Reimen nicht gepackt. Ach, mit dem Rap? Ja, Digga, was ist das? Du bist nur Dicker und du bist nicht Satz. Guck mal, wie ich dir gar nicht spicke. Du bist ein Scheiße. Ich kann nicht spielen, die von Riegel-Schlitty. Ey, was geht denn jetzt ab? Ich will was dir in süß, ich will zu mehr kommen! Du bist mit der Mutter und aber kann nicht kurz versprechen. Ich bin besser, dass du das versprechen! Du bist mit der Mutter reden, du bist zum Ende! Ich will das nicht gehen, aber du bist im Ende, bist du bei der Hammer! Halt mal deine Fresse kurz auf die Befuglärme. Ey, der guck einášten Netzen! Ich hör mit der leider, ich wird dich bewusse! Du bist mit deinem Schwelle und es zu wenig keiner steht. Und bei Welt hier kann der Lange fNC. Ja, du denkst, du wärst ein Presser-Fänger. Der Falle der Presse kriegt, du bist ein Präzenter. Jeder weiß, dass du einfach nichts kannst. Du hast kein Geld, du hast Betragung. Ich hoffe, ich mache schon für das Battle. Leute, da geht noch mehr. Wir sind kurz vorm Finale. Macht den für das Battle. Wenn ihr meint, eine Runde weiter und damit ins Finale gehört Dascher. Dann einmal Lämpfer Dascher. Wenn ihr aber meint, ihr fandet Speck-Titemino besser. Dann einmal Lämpfer Speck-Titemino. Okay, eine Runde weiter im Finale. Besser, herzlichen Glückwunsch. Mino, du bist ein Vier, der hat eine Sparte. Sie haben auch noch einen Battle auf Platz 3. Deswegen brauchen wir noch einmal Fangier und Mino. Battle auf Platz 3. Vier mal vier, Bas. Danach kommt das Finale zwischen Freezy und Dascher. Habt ihr tot den Rehren. Hey! Ich hab's an? Ja. Dicker, wie peinlich du bist. Was läuft? Weil die Bitch, die traut sich hier nicht. Hey! Dicker, ich werd dich gleich hier verhauen. Ich hab's, der wird gleich um die Ecke Tori verkaufen. Ja. Es ist fachsumaggerei. Warte, warte, warte. Ich dachte, ich war auch schon frei. Ja. Und jetzt sagen Nino. Ja. Ich dachte, er wäre Nino. Ja. Nino, nicht Nino. Halt eine Fresse, ich geh mal wieder ins Kino. Dicker, später ist jetzt Fahrrad. Du siehst aus wie ein Taxi-Fahrrad. Hattest du mit Peter, Margarita? Ja. Fuck Peter, weg, ey. Ja. Sieh mal an deinem Back. Dicker, ich bleibe für immer schlammischlein. Ja. Es wird betrug. Dicker, was laberst du für eine Scheiße? Sag, Margarita, hol mir immer eine. Hey. Ja. Was geht jetzt hier runter? Mit der Mutter vielleicht, sie gut sagt. Meine Mutter holt sie mit. Mit der deine Schwester. Ja, gerade so dick. Ja, die Glitz in der Saal. Ich bin wieder von Feier. Ja. Ich weiß, ich lass es richtig krachen. Noch einmal so frech und ich lass dir einen neuen Bruder machen. Dicker, was geht denn ab? Ja, guck dich an, du bist ein Spaß. Ich hör die Crowd leider nicht. Bleibt ihr still oder was? Was ist mit dem Lass? Inno. Jetzt bist du tot. Auf, 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 auf für das Battle. Okay, okay. Es geht um den dritten Platz unseres Acht-Personen-Turniers. Wenn ihr meint, Speck-Tetemino war besser und hat das Battle gewonnen. Einmal der für Speck-Tetemino. Das war ein bisschen undeutlich. Wir machen noch einmal. Wir brauchen alle Leute. Speck-Tetemino. Insgesamt war es Lauter bei Speck-Tetemino, aber trotzdem der für Fen-Rier. So Leute, jetzt kommt das Finale aller Hausmaßbritte. Viel Spaß euch. So, ich muss sagen, bis hierhin, ihr wart eine wundervolle Crowd. Ihr habt mehr Stimmung gemacht als ganz viele, als oftmals das Hip-Hop-Publikum, was wir vor Ort haben. Deswegen, wir freuen uns unfassbar auf dieses Finale. Ich hoffe, ihr habt genauso weitersetzt. Vielleicht noch mal einen drauf. Einmal Lärm für Frizi. 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 Tosche. Ich würde sagen, jetzt im Finale macht ihr Schnick-Schlag-Schnuck, wer anfängt. Schnick-Schnuck-Schnuck. Okay, wir vergang. Okay, wir lassen den Weg weiterlaufen, bis ich Stopp sage, okay? Alles klar, danke. Das ist kein Demokratie, das ist eine Suspektion. Ja, Mann, ich wünsche mir mal besser. Du bist aber gut, klar, man ist nicht der Sechser. Ey, guck mal. Fick dich. Nein, weil du schreifst, reiß es nicht, das ist richtig, du. Ich bin der Saar. Das ist kein Problem, ich bin so gerade krank. Ich respektier' Kinder nicht, hab ich nicht mit euch gerade ein Foto gemacht? Ja, 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 ja. Was heißt das? Ich bin der Saar. Sascha, guck mal, wie du dich. Ich bin der Saar. Ey, Dinger, du bist so eine Scheiße. Ich bin der Saar. Ja, ich bin der Saar. Ja, und danach würde ich dir den Hintern packen. Und ich bin der Saar. Ja, ich bin der Saar. Ich bin der Saar. Ich bin der Saar. Ich kann nichts wünschen. Ach ja, Digger, ich bin verbrannt. Und ich weiß, ich verdiene vier Blattes. Das ist doch kein Problem. Jetzt guckt am Laufsäger. Sie macht so ein Wettbewerb. Warum kommt das? Das heißt mir nichts daran stehen. Ah ja, von dir lässt sich mir nichts erzählen. Du kannst dich doch selten. Ich sag mal, das weggehen. Ach ja, du bist schief, du bist entworfen. Und du bist nicht der Blut, der wasser mit den Worte. Ja, das soll man jetzt die Karte nicht regeln. Wart mal kurz. Jetzt kann ich mich verriegen. Ja, versuch's, Digger, Digger. Bekrieg dich. Trotzdem finde ich Thema besser. Politisch. Du bist einfach nur ein Hessler und Prophetisch. Ich meine nicht politisch. Nein, Digger, politisch. Auch wenn ich gegen Mobbing bin. Klasse ist not. Aber solche Kinder werden in der Schule gemobbt. Weil man so aussieht. Ey, das ist ein Musik. Kommt alles für uns an, die was geil ist. Ey, ja, du möchtest mir nichts besser. Du bist ein Stress. Du bist nicht mein Wasser. Ja, du musst das noch sterben. Geh doch ein bisschen lieber. Ich trau's dir ins Messer. Was ist das? Wenn sie ein Messer hat, dann ist es doch weg. Ich komm mit deinem Körper. Ich spie's in dein Kopf. Dass du dich messerst. Große, liebe. Ja, du musst besser sein, du kleiner. Besser, aber du musst... Ist doch kein Problem. Du wirst jetzt heute verliebt. Bist du gegen die Stadt. Und du musst du dich messen. Was ist denn da? Das schaut. Das trifft mich nicht so. Ich bin wieder auf der Ereinheit. Ich bin wieder auf der Ereinheit. Ich bin wieder auf der Ereinheit. Digger, mein Mann, du bist du heute geknackt. Ach ja, ich habe gerade die Ereinheit. Ich bin wieder auf der Ereinheit. Und ja, ich bin gerade die Ereinheit. Ich bin wieder auf der Ereinheit. Okay, es ist der Moment of Truth, der Moment der Wahrheit. Wenn ihr meint, der MC, der vorgelegt hat, hat dieses Turnier heute Abend gewonnen, macht Land for Free Series! Ja, stopp, wenn noch sitzen, wenn noch sitzen, es ist noch nicht vorbei, ja? Wenn ja, aber meint, der MC, der nachgelegt hat, Dasha war besser, der macht einmal Lamp für Dasha! Er ist ein Fischmaschie, was soll man sagen? Er war von Anfang an, noch bevor es losging, der von ihm geht. Ich will euch einmal Lamp für Free Series! Ich mach mit euch allen gleich Fotos, die noch keines gemacht haben, aber bitte, seid jetzt so laut wie ihr könnt, für ganz YouTube, Battle Rap und Dasha! So, ihr könnt gleich alle Fotos machen. Ihr könnt gleich alle Fotos machen. Wenn ihr noch ein paar Sticker wollt, dann könnt ihr die hier verteilen. Ja, könnt ihr gerne einmal, pass auf. Hier, hier verteilt sie. Hier, direkt verteilt sie an alle. Das war wunderschön mit euch, das hat sehr viel Spaß gemacht. Boah, das war super Spaß, ein Kowala mit Musik. Ja, das war so krass! Vielen Dank! Vielen Dank! Boah, das war krass!